5,4,3,2,1, let's go, Digga. Okay, wir haben eine Videomäcke. Oha, das wusste ich ja gar nicht. Oha, neue Taktik. Ach, hier ist das Ziel. Das wusste ich ja gar nicht, oha. Ich stehe mir Schützen vor sie. Digga. Bei diesen Denk habe ich gemeint. Boah, Mann. Egal. Ach, das hat so keine Reichweite, Digga. Boom. Ach gut, ich kann mich jetzt auch selber heilen. Komm, heil dich selber, du Notensohn. Heil dich doch mal, ein bisschen schneller. Digga. Ich wusste gar nicht, dass es so Spaß macht. BAM. Hä? Ey, come on, Digga. Ein bisschen Spaß muss doch auch mal sein. Das wusste ich einfach nicht mal. Das ist aber eine geile Fähigkeit. Ich bin so lau... Seht, wie langsam ich bin. Es ist so mühsam, Digga. Was? Was? Das ist doch nicht. Feuer, das ist an der Hohen. Oh, Gott. Ja, das ist angenehm. Und dann, wenn wir die, 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 die... Bam, Digga Nein, Digga Nein, nein Ohohoho So und nicht an, das will ich jetzt sehen Ich bin's Ich weiß, wie es weitergeht 1 zu 0 Gibt's kein Best Kill Ja, so ein Schmutz, Digga Digga, ich wechsle die Scheiße Nicht wundert es ja, dass ich mir beim letzten Mal nicht Der einfach der schlechteste Digga Warum auch immer Digga, ich verstehe es nicht mal Also diese 5, 4, 3, 2, 1, let's go Also diese Rangliste verstehe ich auch nicht Digga, kann ich dir irgendwer erklären Ich verstehe sie nicht Ich verstehe, Digga, also warum bin ich jetzt letzter, warum Ich verstehe es nicht Also nach was wird das genau gewertet Weil anscheinend nach Kills kann es ja nicht sein Ach, ich wollte meine Fähigkeit einsetzen und sie war noch nicht geladen Das ist auch schlau BAM Ja, ich bin auch nicht viel Komm, ich helfe dir Und BAM Und jetzt ficken wir ihn Gemeinsam Ja Super, Digga Ich habe wirklich die unfähigsten Team-Mads jedes Mal, Digga Also ich meine, ich bin ja auch nicht der beste Spieler, Digga Aber was ich für Spieler teilweise habe und mir antun muss Digga, das ist bodenlos frech Bodenlos frech Was für ein Zellusses Warte doch mal mit Sterben, bis ich komme Ja, und wieder von hinten, Digga Das sind die irgendwie alle rausgequittet und haben neue gekriegt Oder warum kriegt man ihn so auf die Fresse Man kriegt nicht jeden Tag eine zweite Chance Also manchmal verstehst du es wirklich nicht Das stimmt BAM BAM Ja Schaut ihn euch an, Digga Schaut es euch an, Digga Ja, Bruder Digga Ich gehe da rein, Digga Ich mache ein paar Kills Bruder, immer noch Wann bin ich jetzt letzter? Ich habe mehr Schaden als einer Ich habe mehr Kills Ich habe weniger Tode Ich habe mehr Assists Und ich bin trotzdem letzter Hä? Ich verstehe die Aufteilung nicht Bleibt einfach stehen Wenn ich euch heilen soll Aber egal Aber den Kugeln sollten wir trotzdem ausweichen Das verstehe ich nicht, aber Ach, ich verstehe es Und drei, okay, ja Ich weiß nicht, wie der Asha Ach, ich habe wieder verklickt Der verklickungsprofi Was er noch nicht tot ist Perfekt Heide, Prozess Du Notensohn von einer Notwehr, Digga Was soll das eigentlich, Digga? Was tun, Digga? Seht ihr, was passiert, Digga? Jedes Mal aufs Neue, Digga Wer war, wenn ich hier mal Digga, wenn ich Solcher spiele, Digga Gut, ich bin immer Erster oder Zweiter Wenn ich den spiele, bin ich immer letzter Ich hasse diesen Charakter, Digga Ich hasse ihn Boom Nein, Digga Was mit der Real Switch? Ihr müsstet mich eigentlich beschützen Und ich muss nicht mehr Schaden machen Als ihr Gut, dann schauen wir mal, wie viel Schaden ich habe Ich habe, glaube ich, mehr Schaden als alle anderen Hey, ich hasse diese Taktik Wie weit soll er uns umbringen? Wie weit? Das ist so frech, Digga Wenn es zu Ende, wenn es zu Ende Digga, ich habe Ja, außer einer hat mehr Schaden, Digga Ich bin immer noch Supporter Das ist einfach bodenlos, Digga Aber halt wirklich Hey, Digga Come on KOMON Untertitelung des ZDF, 2020